So, Schatz, wie geht es uns heute? Ja, es ist okay. Es ist nur okay. Ja, es könnte besser, also körperlich, aber psychisch, weisst du, wegen diesem Virus... Also komm jetzt, hey, allen geht es psychisch schlecht in dieser Zeit. Ja, aber irgendwie fehlt etwas, weisst du, zum Austauschen, zum Schmäuseln, um etwas lieb zu sein damit. So ein Schmäuseln fehlt dich? Ja, wo der Hund jetzt nicht mehr... Weisst du was? Ich kaufe mir einen Hamster! Genau! Aha! Schatzi, keine Hamsterkäufe während der Corona-Krise, gell?